Musik 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 Jo Leute, was geht? Hier ist Kurt Welle, also Gian Von 3PTV Murderer Ja, wir spielen Mörder mit Ey, wie kann man das aufgeben? Mit 4 Ich hab das Dings, das Bild, das Bild schon wieder reingetan Mit unserer wunderschönen Selina Gomez hier Ich hab mal, äh, Gott wieder Warum was nicht an? Hallo, Lfdl 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 Wir hatten schon ne gute Aufnahme, ich weiß aber nicht was ist mit der Passagia Möchtest du das nochmal? Deine Mutter hat sich drauf gesetzt Lfdl 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 Wann bist du? Hä? Hä, warum ist der nicht? Ich hab ihn noch nicht einmal gesehen, scheinbar Hier oben Ey Oskar, Oskar, Oskar Boah Voll gesnipert, Alter Ich hab nen Bateshub gemacht, drei Mal Hahahaha Oskar Der Oskar ist ein sehr genießender Töter Hahahaha Ja, ich bin Hahahaha Ja, es gibt zwei Uniforms Help! Help! Help, help! They're never gonna make a stalker out of me Help, help! Fucking shit, jetzt hörst du mal das Licht an Aaaaaaahhhhhh Jungen Was denn? Ja, Dingens, er wollte zu mir laufen Dann hat er das Licht ausgemacht Dann steht er da und hat das Messer draus Dann geht das Licht wieder an, ich bin weg Er steht da nur mit Messer Hahahaha Ist doch völlig normal Help me like a hurricane Hallo? Romeo, ich bin keine Julia Kilo, guck mal Hier, Kilo kann man zurück Warte, ich komme Hier, hä, wer ist Kilo, wer geht da die ganze Zeit im Kreis rum Oh mein Gott, er heißt auch Kilo Oh nein, ich heiße ja wirklich Kilo Ich weiß nicht Ey, Orange Kilo Ey, du, kommt mal mit Ich guck mal was ich für euch hab Warte, erst mal Modenschau Hahahaha Jetzt komm Wer ist das? Wo bist du? Wo seid ihr denn? Hahahaha 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 Was ist das schon? Ey, wo sind denn die Kilo, Milo? Ey, Junge Ey, wieso kann ich den Kasten warsteller mitnehmen? Hahahaha Hahahaha Junge, ich hasse das, wenn man mit dem Gegenstand in der Hand gehen will, dann knallt man sich immer dagegen Hahahaha Oh oh Ey, wenn ich tot bin, war es Romeo Ich bin nicht Julia Oh Nicht, wieder an, alles cool Will jemand ein Baby? Hallo Kilo Kilo verfolgt mich Du bist auch Kilo Ja, ich verfolg mich selber Hahahaha Hahahaha Wie oft ihr wartet daneben, Alter Hahahaha Hahahaha Ach, die, die wart schon tot Ja Hahahaha Achso Hahahaha Spass die, Alter Hahahaha 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 Ich geh mit der Axt. Ich hab ihn nicht getötet. Geh weg, ich hol mir mit der Axt. Hier liegt einer tot. Escho. Ich hatte keine schon. Ich komm rein in die Diskothek. Ich hab Schiss, ja? Ey, Alter. Du passt nicht durch die Tür weg zu breiten. Wisst ihr, er war hinter mir. Ich hab ihn gesehen, aber ich dachte, das ist ja Dennis. Letztlich hab ich dir nichts gesagt. Wie ist das denn? Ich hab vergessen, wie du hieß und deine Farbe. Da hab ich einfach nichts gesagt. Junge, Alter, ich spawne eine Sekunde später direkt wieder tot, Mann. Das ist das Lustigste. Ich bin wieder Little. Ich bin Tango. Ich bin das, was ich spiele. Golf. Da gibt dir Lichter. Ja, Lieber, machst du damit das Licht an? Tango, Tango, Tango. Tango ist es, Tango ist es. Wieso bin ich es denn? Weil du ein Rapist bist. Ein falsches Wort. Tango ist Heisenberg. Ein falsches Wort und ich hol mal eine Pistole raus. Was hast du denn da? Pistole. Ja, das war ein Karton. Nur denn. Ey, hier ist eine Rape-Ecke. Muss da hin? Bin jemand mit mir in die Rape-Ecke. Yes. Hallo. Junge. Ich bin der Rape-Ecke. Ja. Okay, jetzt fapp ich. Ich weiß worauf du... Ja, ja. Worauf wohin? Ähm, Lima. Kannst... Junge, dein Blick. Kann ich bitte vorbei? Nur ich dachte, wir wollten zusammen. Hallo. Ich will echt davon weggehen. Okay, Lothel hat die Waffe. Hey, ich bin auch ein Lothel. Ja, weil der da drin ist. Also, die Pistole. Wenn du nicht von der Tür weggehst, schieß ich dich ab. Schieß. Schieß. Er hat nicht von Zug gehalten, sondern ich habe Zug gehalten in der Standartür. Ich hörte noch einen Fuß, aber er fliegt so gegen die Wand. Ich dachte, du wärst das. Was? Läschl. Läschl. Er läuft dagegen. Was? Junge, verfolg mich nicht. Frau Bühne, hör auf zu sparen. Junge. Ich hab's gut sensieren. Ich muss dich vom Server backen. Junge, verfolg mich. Oh. Ich geh wieder die Orange zerträgen. Ich geh die Orange zerträgen. Junge! Ich geh jetzt in der Küche die Orange spalten. Und die Bananen auch. Ich muss mich da gucken. Ey, warum kann man keinen Tisch hochheben? Fucking shit, ihr macht das nicht wieder an. Frau. Wo sind wir, alter Yellowstroh. Wenn ich tot bin, ist es Sierra. 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 Mamma mia. Ich schwöre, ich bin Kauch. Ich schwöre, ich bin Kauch. Danke. Zulu. Was war das? Ach so, hast du die Orange? Es hat sich so angeregt, als hätte jemand ein Messer. Echo ist es! Echo ist es! Wo ist Echo? Ich bin Echo. Viel Spaß. Juhrensohn. Frau Bühne, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit Hitler über hin zu strainen? So, Mann. Hitcher. What the fuck? Was ist das hier, Mann? Was ist das? Was? Na ja. Komm mal hier hin, komm mal hier hin. Wo bist du? Wo ist denn hier hin? Wo der Billardtisch ist. Hier. Hier, Mann, geht man in den Hauptraum? Hier. Ach so. Guck mal hier. I had to stop her. I'm screaming. Oh, ja. Oh, ja. Meine Bock. Ja, ey, der Grün ist es. Der Grün ist es Echo. Der Grün ist es hier. Ich schwöre, ich weiß nicht. Hey, ich bin der Grüne Echo. Guck mal, ich bin es hier. Nein, da ist noch einer. Das Echo ist. Nein, nicht Echo. Ah, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Wow. Bravo. Greatbeat, greatbeat. Mein Arsch, Alter. Wer war denn schon tot? Ich. Ey, ihr seid rausgehört. Hast du es gehört? Ich habe es gesehen. Ich wusste, dass sich da jemand umbringt. Ich sehe. Ich dachte, du wärst schon draußen. Junge. Ich bin Mörder. Ich bin Mörder. Ich bin Mörder. Ich bin Mörder. Ja, wenn ich auf F drücke und auf E komme. Sonst mache ich es. Wenn du mal aufnimmst, die dritte Strophe der deutschen Nationalhymna. Ey, kann man nur einmal das Licht an und aus machen? Nein, aber es nervt gewaltig. Oh, da ist jemand. Was? Was? Mir wurde er gefallen. Sierra. Ja. Was denn? Romeo ist es, Romeo ist es. Romeo? Was, ich bin Romeo? Er läuft mit Axt so. Komm her. Celebrity Deathmatch. Boah, Junge, das Spiel war so geil. Osk! Yeeeeeeah! Osk! Osk! Hast du gerade einen Knife in der Hand? Osk! Ja, drei Knives. Osk! Warum, warum, hey, wieso hat dieses Gelände eigentlich nur Clip? Das ist nur Deko. Hau ab! Ich verstehe nicht, warum, wenn man sich hinhockt, dass man dann höher springen kann. Hä? Guck, guck. Was denn? Hä? Guck, guck, guck. Guck, guck, wo wir sind. Ey, ich will auch. Ey, wie kommt man da rein? Oh scheiße. Oh scheiße. Ich hab wahrscheinlich gerade den Fallschrank. Sprich runter! Oh mein Gott. Ich hab mir geflogen. Junge. Dieses Aiming von mir, Alter. Das war schön. Oh, ich hab Special, weiß ich erinnern, ich hab eine AK-47. Jetzt. Ioooooo. Oder 1830 mit geöffnetem Blatt. Hallo Golf. Hallo Sierra. Ich bin Charlie, Charlie Chapman. Puiui, piui, piuiui! Kommen wir nicht zu da! Pfff! Ja guck, dann guck ich ihm ab und dann dreht sie zur Seite. Ich wähle so aus den Waffen, weil ich hab den nicht ausprobiert bekommen. Ich kette den Umflug, dann ich hock mich auf den Tisch, ich guck's nach nix auf, der guckt mich so die ganze Zeit mal an, und was soll ich das? Ungefähr zwei Sekunden, guckt der nur, und dann holt er von der Waffe aus und dann hab ich gekippt. Wer ist da hingeflogen? Junge, lass den Schuss los. Alpha, Sulu, Sulu. Ich bin Sulu. Hä? Ich auch, nein. Ja? Ba ba ba. Alter, wer bist du? Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer ist der schönste im ganzen Land? Du nicht. Mach mal die Tür auf, Sulu. Dank schön. Bitte. Bitte. Picke Freestyle. Hä? Kann man den Stuhl mal umgehen? Ey, November will mich killen. Ja. Hä, wie hab ich, ähm, guck mal wie ich den Stuhl hingestellt hab. Kommt mal. Hallo. Hä? Oh, ab. Hä? Wie krieg den Stuhl nicht gerade hin? Pfff, Feilsprung. Ich bin fast down, glaube ich. Iiiiih. Sulu verfolgt mich und er hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin fast... Licht ist aus, wer hat vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen. Sorry. Hallo? Wer schießt die Scheiße auf mich? Ich bin in meiner Fap-Ecke. Jolo schießt auf mich. Mach mal Licht an. Was war das denn? Wie schnell ist es einfach, ich wusste es, Alter. Ich war gerade auf meinem Fabstuhl im Fabstuhl. Hä, was hast du denn für eine Reichweite mit dem Teil? Du warst mindestens fünf Meter hinter mir. Ich konnte meine Acker gar nicht benutzen. Oder dann A2 oder A3. Ich habe das Licht ausgemacht. Kann das jemand anmachen? Hallo? Hä, wer ist es? Ja, wie hat er liegt? Ja. 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 Ja.